sie retten aber wieso wollen wir denn jetzt sie retten das ist doch ach so verstehe verstehe wir müssen sie weg von der straße holen wenn wir sie dann weg von der straße holen werden auch wir keinen unfall haben es ist wieder drei uhr okay ach die will wegziehen weil die halt nicht nichts kriegt war aber klar die will halt abschieb nehmen abschied weil die wilder typ den sie liebt der liebt sie nicht daher kommt der dosenöffner ich verstehe leute ich verstehe ich hatte noch die dosenöffner tut mir so leid er wollte noch seine hand weiter halten ich wollte noch sagen jetzt denkt sie sich ja wieso bin ich nur so wieso habe ich ihn nicht angesprochen ja moin will sie doch nicht wegwerfen das büro da stressig jetzt sind sie gerade weggefahren das hat sie gesehen er findet die wohl gar nicht so geil wie beschützen wir die jetzt irgendwie länger brauchen zum paketen oder zu hause bleiben weil es regnet oder zum paket verstauben 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 verstaufen nein verstaunen würde verstaunen sagen na 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 na